Hey Leute, willkommen zurück zu Yaonpur und Bengalen und Malacca, so im schon, ich glaube, jetzt zehnten Part, ja, genau. Wir heißen die einen da, mit denen ich da im Krieg war, Garyat. So, wunderbar, halten, verlieren, 25 Priorität, keine Ahnung. So, wie läuft's bei dir, Malacca? Bei mir läuft's gut, ich hab die absolute Dominanz. Ich warte jetzt darauf, dass der Civil War bei mir losgeht, damit ich endlich eine gute Legitimität bekomme. Okay, so kann man's natürlich auch sehen. So. Wir spielen gerade noch ein bisschen an Einheiten rekrutieren, hier Ups und Armeen zusammenfügen. So. So. Scheiße. Ich muss das Darlehen, glaube ich, bald zurückzahlen, oder? Was ist der? August 15? Eins wäre okay, er hat noch Zeit. Soll ich jetzt kurz Geld sparen, damit ich das Darlehen abbezahlen könnte? Das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Ja, da ist da zwei Provinzen, Garyat. Garyat und Garyat. Nice, okay. Garyat 1 und Garyat 2. Garyat 1 und Garyat 2? Ja, da gibt's einfach zwei Provinzen, die eins und gleich. Wo? Hier bei mir. Da wo ich da erobert habe im letzten Krieg, Garyat. Und unten gibt's eine andere Provinz von Antara, die heißt auch Garyat. Garyat, Garyat. Also ich seh nur Garyat und... Garyat und Garyat. Gibt's zweimal. Also einmal bei mir im Gebiet und einmal beim... ...Gegner praktisch, äh, bei so einem anderen Land. Okay, ich seh nur als einer. Echt? Garyat und Garyat heißen die bei mir, beide. Wie heißt die Provinz unter Garyat, also im Süden von Garyat bei dir? Garyat. Sag ich ja. Garyat und Garyat, siehst du? Nein, äh... Ja, es gibt nur eine südliche Provinz. Welche meinst du? Die Einzelnation? Hä? Weil es gibt eine Nation, Garyat, in der Provinz Bastar. Genau. Ja, ne, die meine ich gar nicht. Also, ähm, warte mal, wenn wir... Wenn du nah ran suchst, heißen dann immer noch beide Garyat? Ja, ja. Also die eine, die gehören nicht zur Fraktion Garyat, sondern, ähm, eine Provinz gehört mir und eine Provinz gehört Antra, die beide so heißen. Okay, bei mir... Äh, wo ist denn die von dir? Die von mir ist an der Grenze zu Antra. Ähm, also du siehst, wo meine... Was? Wie viel Development hat die? Ähm, 75. Bei mir ist die Sambalpur. Okay, das ist interessant. Ja, und nämlich unter Sandal... Was? Sandalpur, oder was? Sambalpur. Ja, genau. Unter Sambalpur ist dann noch mal eine Provinz, die heißt Garyat. Siehst du die? Äh, ja, die sehe ich. Die heißt bei mir auch. Ja, eben. Bei mir heißen beide Garyat. Warum auch immer. Ja, die deutsche Version ist ziemlich komisch. Also dieses halbdeutsche Garten. Ja. Ja. Die machen dir ganz schön zu schaffen, sehe ich gerade. Haungo-Typen. Ja... Da kamen halt plötzlich irgendwelche scheiß Nationalisten oder ordentliche Rebellen und deswegen... Ach, das ist natürlich unglücklich. Das war. 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 Das ist relativ normal. Das war. auch gut, weil dann fallen die nämlich auch bald in meine Hände. Da werde ich mich auf jeden Fall auch drum kümmern. Aber dieses Tierhut-Vassalisieren, das braucht ja ewig. Meine Güte. Das Annektieren? Ja, das Annektieren meine ich, ja. Oder die einfachhörige Einevoirien. Ist deine Flotte ge- Oh Gott, wie heißt das auf Page? Eingemottet? Ist das egal? Eääh? Was ist? Ob deine Flotte eingemottet ist? Eingemottet. Keine Ahnung. Weil sonst könntest du den Hafen blockieren von der Provinz, die du belagerst. Also... Das schritt. Schnelldorf, vereinfacht das Bei mir ist keine Option zum Blockieren des Hafens, also ich hab schon versucht, sein komisches Schiff da zu vernichten Den musst du einfach nur in die Provinz darstellen Äh, in den... in die See-Provinz Jetzt ist das 100% blockiert Gibt's eigentlich diese Dimmer-Typen wieder bei mir im Land? Ach, weil es wieder Ungläubige gibt bei mir Also keine im Nicht-Muslimen Ist mir aber eigentlich recht egal, muss ich zugeben Ah, dieses Anspruch-Fingieren, gell, wenn das... manchmal... manchmal brauchst du einen fast lang, gell Vor allem bei Geschwindigkeit 2 kann man wieder die Geschwindigkeit, ja... Ah, fuck Geschwindigkeit, bitte So Haben sie eigentlich ihren Krieg gewonnen? Ja Ok Wieder ein starker Gegner vernichtet, hm? In Europa Nö Die haben ja nicht mal ordentlich geschwächt, hm? Nicht mal, oder was? Nö Ok, dann... Oh, das ist uncool Ah, ne, also Antra sind jetzt verbündet mit Mewar Also die zwei... so zwei ganz recht große Länder sind jetzt miteinander verbündet, das ist schon uncool Das stimmt Aber du kannst einen nächsten Vasallen machen, Malva Lohnen die sich? Oh ja, die lohnen sich Die lohnen sich sogar, gell, als Vasall Ja, aber dann müsste ich halt auch noch gegen... Moment, die sind im Krieg mit Delhi da oben Äh, verbündet meine ich Und Delhi ist verbündet mit Baluchistan und Malva Ja, Baluchistan ist ja so gut wie im Arsch Das heißt, ich könnte rein theoretisch, ja, gut, Malva vasalisieren Und äh, Delhi noch ein, zwei Provinzen abzwacken Ja Oh, sogar drei Provinzen rein theoretisch, aber jetzt muss ich da wieder Ansprüche fingieren Ah Stoff Sogar sehr doof, ja Ah, jetzt habe ich echt gedacht, ich könnte Andra erobern und ein bisschen was Orissa geben da unten, gell Aber ne, ich glaube, das wird jetzt doch nichts Aber den kann ich angreifen Das ist schon mal ganz gut Chanda, erkläre ich jetzt noch kurz den Krieg Die haben... Kaum Leute Also eine Provinz haben sie Bin zwar hier oben noch grad mit Rebellen beschäftigt, aber nicht, dass die dann noch Verbündete kriegen oder so Chanda in der kurzen Zeit Das wäre uncool So, jetzt Mai wieder fett Minus, annehmen nur Minus 1,1 Ja und das ist mit der Sache mit dem Civil War, das musst du so sehen Es ist eine aktive Aktion der Regierung, um die korrupten und nicht-loyalen Subjekte auszusortieren Ja, okay, gut, so kann man es auch sehen, gell Ähm Witzig, ich habe jetzt mehr Manöver als mein gegnerischer General Dort eben habe ich ein... äh... Terrar... Minus Ach ne, das ist meinst du Terrar... Ja, es geht nur um... Es geht nur um Fluss Ja, okay, sah aus wie es ein Fluss ist, aber es ist Terrar... Stimmt, ja, es geht um Fluss, stimmt, stimmt So So Drei Einheiten brauche ich dafür nur, 15 Wie sieht's mit der Belagerung aus? So, sehr weit fertig Ähm, so Ja, die Belagerung... Schaut noch ein bisschen, denke ich... Ich denke mal noch... ...diesen Monat und dann... Man, die lohnen sich nicht zu vassalisieren, das Spiel Die werden dann annektiert So... Das ist Deli, das da oben anprofigiert wird Ich finde es eigentlich ganz cool, warum habe ich eigentlich drei Diplomaten? Habt ihr auch drei Diplomaten? Ja Äh, du hast zwei standardmäßig und dann kriegst du einen dafür, dass du... Na... Ein Königreich bist du Ah, okay Ah, es wird 100... Ah ja, hier ist uns, oder? Ja, stimmt, genau, okay, wunderbar Die ultimative Demütigung für jeden Bayern Was? Bayern wird gerade von Ulm besetzt Achso Ah, jetzt weiß ich auch, warum ich wieder so heftig Minus mache, durch meine komischen Forst in meinem Land Jetzt geht's wieder, wunderbar Gott, wie lang denn noch? Ja, die Belagerung dauert schon ziemlich lange Nein, über ein Jahr dort jetzt, äh... Fast 500 Tage Und das geht auch noch länger Ja, das geht noch länger, glaube ich dir Juhu, die arschen Kanonen werden gegossen Mann, das sind 580 Männer als Verteidiger, kann man hier nicht einfach stürmen oder so? Okay Hättest du die Mauern durchbrochen schon? Ich warte eigentlich gerade auch nur noch drauf, dass die hier unten wir habitulieren Ach, auf meinen Versallen habe ich den Anspruch jetzt verloren Ja, Deli gehört echt auch mal eins auf die Klappe, ja Dann vassalisiere ich Malwa, sobald, dann ist nämlich Tierhut ist ja bald annektiert jetzt endlich 77% habe ich jetzt Das geht jetzt schon seit 2669 Tagen, gell, kranker Scheiß Aber naja, sobald ich die dann annektiert habe, kann ich dann Deli Ähm, äh, Malwa Vassalisieren und kann dann Deli auch noch drei Provinzen wegnehmen Und dann passt das Und dann irgendwann mal eben diesen Krieg gegen Mewa und Antar führen Da brauche ich dann wahrscheinlich eure Unterstützung, weil das wird, glaube ich, heftig Ja, ich habe hier bald Erstmal nichts mehr zu tun Daher kann ich betreten Ja, umso besser Kommt schon eine 50%ige Chance Wahrscheinlich Ihr müsst einfach nur verrecken, gell Aber soll ich dann die ganzen Gebiete dann Von Aiuti, Ta, Annektieren und dir übergeben, oder? Äh, was übergeben? Also wenn du jetzt, äh, ähm, die Gebiete von Aiuta, oder wie auch immer die Typen heißen, besetzen würdest, dann könnte ich die in diesem Krieg hier Erlektieren und dir ja übergeben Nee, ich will nur zwei Gebiete von denen erstmal haben Achso, okay Ich gebe dir einfach Taungo, die beiden Provinzen Nehmen wir das für dich, ja Weil mit dem Krieg hier Können wir machen Außer du machst es dann halt einfach selbst, das geht auch So So Ist die Stadt erobert, ja, ich seh Endlich User, join your channel Ja, Nick, ich seh dich Schön Oh, Malakar, Malakar Das ist ja Richtig groß Und wieder einen Krieg gewonnen, hier Gut, es läuft ja bei euch besser als bei uns, glaub ich Ja, bei uns, ja Ich glaub übrigens offiziell den Ruf als Kriegstreiber Wir haben nur so einen Krieg geführt, gell, und die wollten die ganz Alle fühlen wollten Frieden, und ich hab den Krieg dann nochmal irgendwie 20 Jahre weit rausgezögernt 20 Jahre Geflüht, also wir haben quasi den kompletten Stream einen Krieg geführt Polen, Litauen, Brandenburg und so Weißt du, spionieren immer Hast du einen Streamer oder was? Ja, ja, der spioniert immer Weißt du, spionieren Da hab ich nicht viel zu tun Was, Malakar Ich find's immer so nice und irgendwelche Meldungen kommt wegen Krieg in Malakar oder Ja, ja, Unpur oder so Ja, ja, wir sehen aber euer Land auch Schon längeres eigentlich auch Echt? Wir sehen uns, glaub ich, es hat jetzt zumindest ja grad zum ersten Mal jemand was gemeldet Es war total beschissen, ich hab da drüben nichts gesehen Hab ich Krieg gegen Usbekistan geführt und Usbekistan nicht gesehen Ja, ja, das ist echt ein Problem immer am Anfang, ja Bestimmt Ja, ja Aber gut, ich denk, mein Erzfeind Venedig Ja Ich bin natürlich tot, aber seht ihr Österreich, Alter, das wird noch ein Spaß Ja, das glaub ich, die haben ja auch Ach, komischerweise jetzt, hä, interessanter, wie alles geerbt Ja, die haben Burgund geerbt, halt und das war halt ziemlich scheiße Kann sein, gibt's das Heilige Römische Reich noch? Ja, klar Warum wird das bei mir dann grad nicht mehr angezeigt unten? Schön interessant Also weißt du, dieses Heilige Römische Reich Also ich hab's nicht aufgelöst Noch nicht, ja Pff, noch nicht Aber das habt ihr schon vor, oder? Das stimmt nicht nice Stimmt nicht nice, aber Yannick, ich würd sagen, wir beenden dann jetzt alles, oder? Aber wobei, gib mir noch ein, zwei Monate, ich muss mein Darlehen zurückzahlen, sonst kann ich heute Nacht nicht schlafen Warte, warst du doch schon Darlehen aufgenommen? Ja, es kam halt ein blöde, also ich hab Gebäude gebaut und dann kam ein, äh, Event, das mich Geld gekostet hat Oh, du armer Kerl Ja, aber ich mach 20 plus und das obwohl ich insgesamt 10 Dukate im Monat zu meinen Kollegen subventionieren Daran sieht man einfach wieder, was die Osmanen für eine Noob-Fraktion sind Ich bin so retribend Ja, ich hab auch gesagt, dass die Herausforderung am Osmanen nicht ist, zu überleben oder so Das ist auch, wie es ist genau, dass ich Berlin besetzen will Und das Ziel ist gar nicht so einfach vor 18 oder 20 Ja, du, ich bin echt mal gespannt, wie wir das schaffen, um ehrlich zu sein Also, irgendwie, ich hab eigentlich... Wo's richtig gut geht, ist auf der iberischen Halbinsel, da läuft's grad richtig Ja, ja, ich hatte vorhin schon ein bisschen Angst, dass ihr schon bald fertig seid mit Erobern, aber... Eigentlich ja nicht Ich mein, vor allem, sobald's dann an Frankreich geht, wird's halt richtig eklig, da werden die kaum was einnehmen können Das Gute ist, Tunesien hat jetzt Sizilien einnehmen können Mhm Warte, ist halt, ne, doch Oder? Ne, Sizilien war... Wechsel die Dinger doch immer Egal, ist ja, ja Auf jeden Fall, ich komm halt nicht voran, da ist jetzt der Ungarer, der ist groß, breit und fett Und da ist der Reiche dabei und ich komm nicht durch Ach, die sind Verbündet, äh, Personalunion oder was? Äh, weiß grad gar nicht, Personalunion oder Verbündet, äh, Verbündet Plus Ah, okay, ja gut, das wird sicher spannend Ja, bei uns, bei uns sieht's einfach so aus, ähm, wir haben ja immer wieder kleinere Länder erobert Ich hab hier, äh, auch ein paar Vassallen, also Tierhut ist ja mein Vassall, der grünet da im Norden Ähm, bei mir Ähm, der ist mein Vassall Und den annektier ich gleich Ja, den annektier ich gleich Vielleicht, die Provinzen sind eigentlich richtiger Müll, aber immerhin, ja Ähm, den hab ich vassalisiert, also nur eine Provinz bei mir hatte Und dann hab ich halt den Krieg geführt, um die Provinzen zurückzuholen Dasselbe für Orissa mach ich dasselbe Aber die sind, die Antra sind halt verbündelt mit Mewa Und Mewa ist halt groß und Antra auch Und das will ich mir halt noch nicht geben Deswegen greife ich jetzt erstmal Malwa an Victory is ours Ähm, bin dann mit Deli im Krieg, kann da dann drei Provinzen erobern Und mit Malwa kann ich dann auch wieder vassalisieren und die haben auch wieder ganz viele, ähm, Ansprüche auf viele, oder halt viele Kernprovinzen Ist auch gut Ach, hast du Krieg gewonnen, oder wie? Gegen die, gegen die Dings, oder was, den Rückerkrieg, oder was Aber gut, dann würde ich mal sagen, wir speichern ab, oder? Ja, können wir schon machen, ja Gut, dann machen wir da Pause, ähm, ich move alle schnell, äh, bzw. wir move alle mal noch in meinen Channel, oder? Jo, wunderbar Ähm, hier, äh, hast du gerade den Thronen anwärt, oder was, was, welchen? Ja So, hallo Äh, den Krieg für meine Legitimität Ja, kurz fassen, fassen, dass sowas gibt Doch, wir beenden jetzt Ja, eigentlich gibt's was Ja, wir beenden jetzt, aber noch eine Sache, wann habt ihr Zeit, dann sollen wir's machen Äh, vernis Ich bin ne Woche nicht da Befrag den guten, äh, Tunesier, der normalerweise Ja, gut, weil sonst würde ich sagen, wir machen's einfach im Livestream rein, weil sonst... Ja, das geht Sonntag wär gut Hast du gesehen, was, was, was wir gesagt haben Ja, Janik, dann nehmen wir halt ein... Achso, warte, Janik, warum nicht? Hey, weil wir doch da unseren 24... Fuck! Sonntag ist ja unser... Uh, Janik, danke, erinnere mich, ja, perfekt Sonntag ist ja unser Screen Nächste Woche Sonntag? Ja, aber Janik, das weiß ja nicht, dass wir das da nicht machen können Wir jetzt 20 Stunden livestream, oder? Ja, aber weißt du, weil dann kann ja Chrissi ne Weile nicht und so, weißt du, deswegen Ja, das können wir ja nachher... Ja, das ist ja nur eineinhalb Stunden dann, weil wir ja... Wer macht hier einen 20 Stunden livestream? Ja, wir machen 16 Stunden Livestream diese Woche, Sonntag auf dem Montag Soll ich vorbeikommen? 16 Stunden sind Livestream? 12 Uhr nach, mit 8 bis 16 Uhr bei uns Keine Ahnung, ich würd' einfach sagen, lass uns nächste Woche irgendwann mal machen, Dienstag oder so Soll ich vorbeikommen? Einmal sagen, danach wieder nach Hause fahren Gut, mach uns nächste Woche irgendwann mal, ich schreib euch alle nochmal an, deswegen, weil ich muss jetzt gehen Ja, wunderbar Okay, Janik, dann können wir auf die Aufnahme benden Heiko, ich gebe noch ganz kurz was Heiko, ich gebe noch ganz kurz was Also, Jan noch schnell... Wir haben ja eine eigene Religion hier links gegründet, die nennen wir Matuga Matuga, genau Okay, gut, also... Also, dann... Dann, vielen Dank fürs Zusehen noch hier im Video Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal Ciao, Leute Tschüss Tschüss